Ist es Prinz Louis, der auf dem Balkon abrockt, oder doch die niedliche Charlotte im weißen Kleid? Bei der Wahl des besten Auftritts unter den royalen Sprösslingen fällt die Auswahl schwer. Haben sich schließlich alle bestens auf den großen Tag die Krönung von König Charles III. vorbereitet? Wenn man den Blick durch die Reihen der Westminster Abbey allerdings ein bisschen schweifen lässt, ist es eine andere junge Dame, die als heimlicher Star der Veranstaltung auserkoren werden kann. Zumindest outfit-technisch. Bereits auf der Kutsche hat Lady Luise Windsor, Tochter von Edward und Sophie von Edinburgh, die Queen überzeugt. Jetzt zeigt sie der ganzen Welt ihr modisches Gespür. Das zarte Seidenkleid mit Blütenmuster steht der 19-Jährigen hervorragend. Der farblich passende Hut und die edle Klatsch runden den Look perfekt ab. Wir sind uns sicher, hier hat sich eine weitere royale Dame zur Stilikone gemausert.